Hi! Ich bin hier in Potsdam. Heute war die dritte Show gewesen. Danke. Heute war die dritte Show von Potsdamer Comedy Nights. Es war mega klasse. Es hat riesen Spaß gemacht. Wir hatten auch einen Boxer gehabt. Der war jederzeit bereit zuzuschlagen. Ein falscher Gag. Wir hatten auch Gäste aus Malle. Es wurde alles besichtigt. Nach der Show wurde gesagt, Prozessmanagement-Technik ist alles gut. Die Show wurde auf jeden Fall weiterempfohlen. So Potsdam, zeigt mal, wie hat es euch gefallen? Vielen Dank! Das war Potsdam! Dritte Show! Hier waren die Künstler heute gewesen. Heute war dabei Jan Rager. Und es war dabei Thomas Thornmeier. Auch ein Newcomer Julian Notz. Und ein wunderbarer Künstler Jonas Imar. Das war die geilste Show bisher. Drehst du mal am 1. Dezember. Dankeschön! Danke. Klroeger! Dafür! hyvä, ja! 3 für Ausbildung. Weil der KiKA